332 31 30 ok synchronisation ist da ist da ich brauche setcher was ist da ich bin doch da kannst du straße spawnen kris was ist da sind meine drohne wird ausgeschaltet mann die sind alle wieder viel besser in level 26 wo kann man da eigentlich füßen chris gar nicht im raum gar nicht ich dachte chris kümmert sich nicht hey die haben drei spieler unter 60 oben oben eine versammlung jäger gar nicht gesehen hast du den da ein jahr den habe ich das ist nicht der den du meinst mich oder doch das war der den ich meinte es war der der oben war mario du musst was machen ja die treppe ist clear hinter der die treppe ist clear hinter der drohne stehen vielleicht haben wir glück uns landet das nein da ist meine drohne da ist nicht ja aber vielleicht kriegt das ja irgendwie komisch das ist ein führungslader und du weißt ja da hat aber wenigstens fach ok guck mal weiter mario geh mal links jetzt geh schon mal auf die treppe macht die schlag die auf oder warte noch deine drohne ist nicht mehr da bei mir ist ja weggesprengt ok geh jetzt mal auf die treppe zum ablenken geh mal auf die treppe geh auf die treppe dann eroberst sehr gut ist nur einer noch er ist nicht im raum geh weiter runter guck leicht um die ecke der ist nicht im raum der war hier im nachbaraum er hat in allerletzten sekunde erst aufgemacht wie dumm der typ es war der mirafetze in allerletzten sekunden hat er aufgemacht wie dumm wie dumm so jetzt zeigen wir mal wie das hier jetzt richtig gemacht ich nehm Puls was ist der eine ist tot nein ich habe ihn verletzt ach fuck michi du musst agieren äh sie ist greifen michi du musst die von hinten schnappen deswegen jetzt mit den Dinger noch gewartet sonst machen wir das meistens nicht gut gefightet gut gefightet michi jetzt irgendwie bei von zwei seiten er ist drin michi von zwei seiten jetzt super gemacht michi nice danke chris gut michi du hast mir echt den arsch jetzt übergertet mh der ist äh im modell michi mach verzehr aus doch 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 das geht der ist gemutet ne aufpassen da ist einer der blöden piken C4 Achtung da hängt C4 von Mute da ist immer noch einer der wartet auf euch oder ah nein was oh nein ich bin runtergefallen ich habe nur noch 3,3 Leben ich dachte schon du wärst verletzt das ist scheiße 3,3 Leben keine ahnung wo dieses C4 hängt der ist bei dir äh Benjamin direkt beim Marker der ist in dem kleinen Raum ist er jetzt geflüchtet ist gemarkt meine Drohne ist weg wenn du da füsen kannst dann wäre das super aufhören mit der fucking Kamera ich habe die Mira bei mir hab reingefused nein draußen Jungs Jäger 50 oh fuck der ist in der Garage rein Jäger Jäger wo ich jetzt bin ja Blazer raus Blazer noch drin da rechts fuck warum guck ich nicht weiter ein jetzt immer noch nicht in der Garage das war so dämlich ey Benjamin nein ganz rechts Benjamin nein unten unten nicht oben ok ok von wo wurdest du geholt ah Chris ihr wollt mich doch verarschen nur noch 3 Chris nur noch 3 Jäger hat wenn der K.P. war oben das heißt hinter dir genau da kann leider kommen ok ist da stell dich mal in irgendeine Ecke geil der wird selber bekommen der macht der macht Leute Leute macht es mir doch nicht so schwer auch wieder rein holy shit alter LACKER 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 AHHHHH HUREN Söhne HUREN Söhne AHHHHH ich frage mich gar was mein erstes von Turnier ist ich hatte noch mal 4 Kills in letzter Zeit Hörte das aber ähm hörte das aber ja ja Florspieler ok DSL ist grüßen ne ja auf jeden Fall ein äh Bis zum nächsten Mal.